Du stehst im Supermarkt in der Schlange und jemand niest dich an. Das Erkältungsvirus gelangt in deine Lunge und landet auf einer Zelle. Jedes Lebewesen auf der Erde besteht aus Zellen, vom einzelligen Bakterium über den riesigen Blauwal bis hin zu dir. Jede Zelle deines Körpers ist von einer Membran umhüllt, die aus einer biegsamen Schicht aus Fett und Proteinen besteht und die inneren Bestandteile schützt. Diese ist semipermeabel. Sie lässt also bestimmte Dinge durch und weist andere ab. Die Zellmembran ist mit winzigen Fortsätzen übersät. Diese haben Funktionen, wie etwa den Zellen beim Anhaften zu helfen oder benötigte Nährstoffe zu binden. Tier- und Pflanzenzellen besitzen Zellmembranen, aber nur Pflanzenzellen haben eine feste Zellwand aus Zellulose. Das Virus, das in deine Lunge gelangte, ist heimtückisch. Als Freund getarnt, heftet es sich außen an einen Fortsatz und gelangt so durch die Membran ins Zellinnere. Wenn das Virus eindringt, bemerkt die Zelle ihren Fehler. Ein Feind ist eingedrungen. Spezielle Enzyme kommen hinzu, zerhacken das Virus und schleusen eines der Stücke zurück durch die Zellmembran, wo es präsentiert wird, um benachbarte Zellen vor dem Eindringling zu warnen. Eine Zelle in der Nähe registriert die Warnung und wird sofort aktiv. Sie muss Antikörper bilden, Proteine, die das eindringende Virus abtöten. Dieser Prozess beginnt im Zellkern. Der Zellkern enthält unsere DNA, den Bauplan, der den Zellen sagt, wie alles hergestellt wird, das unser Körper zum Funktionieren braucht. Ein bestimmter DNA-Abschnitt gibt den Zellen Anweisungen für die Herstellung von Antikörpern. Enzyme im Zellkern finden diesen Abschnitt und erstellen eine Kopie, die sogenannte Messenger-RNA. Diese verlässt den Zellkern, um ihre Befehle auszuführen. Sie begibt sich zu einem Ribosom, von denen eine menschliche Zelle etwa 10 Millionen hat, die alle an einem Band heften und das endoplasmatische Reticulum bilden. Das Ribosom liest den Auftrag des Zellkerns und durch Aneinanderreihen von Aminosäuren bildet es einen Protein-Antikörper, der das Virus bekämpft. Um das zu erledigen, muss der Antikörper jedoch die Zelle verlassen. Der Antikörper steuert nun zum Golgi-Apparat. Hier wird er für den Transport nach außen mit einer Blase aus dem gleichen Material wie die Zellmembran umhüllt. Der Golgi-Apparat zeigt dem Antikörper auch, wie er zur Zellwand gelangt. Dort angekommen, verschmilzt die Blase um den Antikörper mit der Zellwand. Die Zelle entlässt den Antikörper, um das Virus aufzuspüren. Der Blasenrest wird von den Lysosomen zerkleinert und dessen Stücke werden immer wieder recycelt. Woher bezieht die Zelle die Energie für all das? Von den Mitochondrien. Um Energie zu erzeugen, brauchen diese Sauerstoff. Nur deshalb atmen wir ihn überhaupt ein und fügen Elektronen aus der Nahrung hinzu, um Wassermoleküle herzustellen. Dadurch entstehen ATP-genannte Moleküle voller Energie, die alle Teile der Zelle antreiben. Pflanzenzellen erzeugen Energie auf andere Art. Sie haben Chloroplasten, die mithilfe von Sonnenlicht, Kohlendioxid und Wasser vermischen, um Sauerstoff und Zucker herzustellen. Eine Form chemischer Energie. Alle Zellteile müssen zusammenarbeiten, damit alles reibungslos abläuft. Und alle deine Körperzellen müssen kooperieren, damit du reibungslos funktionierst. Und du hast schätzungsweise 37 Billionen Zellen. Wenn du gerne ständig dazu lernen willst, dann abonniere unseren Kanal. Wir veröffentlichen neue Videos zu allen möglichen Themen. Von der Weltgeschichte, aus der Sicht von Katzen, bis zu dem, was nötig wäre, um auf dem Mond zu leben. Bleib neugierig. Bleib informiert.